Acht Hände und acht Füße an vier Orgeln. Vier unterschiedliche Musikerinnen, also aus unserem Kirchenkreis, aus allen Regionen des Kirchenkreises Unna, alle vereint zu einem Konzert. Das gab es noch nie. Das ist etwas Besonderes. Heute am 2. Westfälischen Orgeltag am 13. Juni 2021. Schön, dass Sie mit dabei sind. Im Laufe des Konzertes werden wir einen kleinen Einblick in die große Vielfalt der Instrumente unseres Kirchenkreises bekommen. Kommen Sie mit hier in die Pauluskirche in Kamen, in die Friedenskirche in Bergkamen, in die Stadtkirche in Unna und in die Stiftskirche in Fröndenberg. Erleben Sie dort überall das Eintauchen in Klangwelten an ganz besonderen Instrumenten, an vier Orgeln mit ihren unterschiedlichen Organistinnen. Erleben Sie die unterschiedliche Herangehensweise der Musikerinnen an die Musik und an ihre Instrumente. Aber alle sind sie vereint in der Überzeugung, ja in der Gewissheit, dass die Musik über sich hinausweist, hinaus auf eine höhere Wirklichkeit, in den Himmel, auf Gott. Erleben Sie auf diesem Hintergrund ein ganz wunderbares Konzert. Genießen Sie die Musik, in die Sie nun eintauchen können. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020